Er kommt doch... Er hat sich wohl verfahren. Das ist der Bus aus... Er ist schon Amsterdam. Er hat sich verfahren. Er hat noch nicht da rein. Ist er behindert? Hahaha. Falsch rum. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hahaha. Ich werde bestimmt mal in der hier irgendwo. Alter, der Blick muss voll. Er wendet. Er wendet da. Aber da kann man doch rein fahren, oder? Er wendet. Er wendet. Top-Flix-Bow. Bestimmt ist er fast hier reingefahren. Zurück! 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 Ich gebe Ihnen hier... Ich gebe Ihnen hier... Ich gebe Ihnen hier Unterstützung. Ach, hier! 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 Oh, okay! Okay! Ah, bin ich auch bisschen doof, ey. Er kann mich auch gar nicht sehen. Durch seinen Spiegel. Ich bin hier. Z. Ja! Ich bin hier. Das ist ja mein Nix war das gebrochen. Ich habe schon gezeigt, wie ich mit 20 Kilo heute auch schon von dir in den Sölk gerufen habe. Ich bin mit 30 Kilo vor dem gebrochen, Alter! Das war ich jetzt mal, Alter! Aus. Bin sie. Topf. Er hat es geschafft. Ja. Er hat es geschafft. Er hat sich verfahren. Und ist hier falsch rum abgebogen. Aber er hat es trotzdem geschafft. Steht ja kein Verbotsschild, oder? Das sehe ich gerade. Das ist weg, das Verbotsschild, oder? Oder vielleicht sehe ich das nicht. Da steht bestimmt an den zweiten Häusern, oder? Keine Ahnung. Ich kann ja gar nicht reinfahren, wegen der Baustelle. Aber trotzdem. Ich habe noch einen Humor. Hä? Ich fahre hier hin und fahre nichts an. Ich fahre nichts mehr, wo es mal noch fahren. Ein sehr schöner Flixbus. Ein Citra S516HD. Bin ich schon mal mit Citra? Ja, bin ich ja. Und zwar auch mit Flixbus, genau. Zwei bis dreimal oder so. Und einmal bin ich mit einem ML, zweimal sogar bin ich mit einem ML gefahren. Ein sehr schöner Flixbus. Sehr schöner Flixbus. Der fährt jetzt nach Amsterdam, Schulter Lake. Oder wie die Einstelle heißt. Auf einmal ist der... Auf einmal ist der Bussfahrer weg. Da steht ein Bus von 6 Reisen. Und da kommt der Flixbus in Amsterdam. Ich fahre jetzt hier wieder zurück. Cool.